Wir haben unsere geliebte Lehmgrube zerstört Alter, hoch unten ist alles plattgemacht, wie ich das sehe Ist ja krass Lehmgrube? Gehen Sie? Ja wir haben unsere geliebte lehmgrube zerstört auch unten ist alle plattgemacht wie ich das so sehe ist ja krass wow, haben sich eh gehütet alles kaputt oh, unsere lehmgrube ist kaputt tagesziel lehmberg petzo dort eingetroffen eröffnete sich uns ein anblick des todes leihenhaft gefällte bäume versperrten die wege bergabfahrten wurden per raupe regelrecht abgeschnitten pech für den der die auffahrt nimmt und glaubt die abfahrt wäre wie immer durch den einsatz schwerer technik wurden auch bäume beschädigt ja alles zum wohle der ruhe merkel wir hinterlassen keine verbrannte erde wir killen keine bäume oder schieben nistplätze für vögel einfach zusammen man erkennt die ohnmacht des besitzers deutlich einfach platt machen mike kiesgruppenjunkies ach mann ist doch scheiße alter, die haben hier alles kaputt gemacht alles hier hoch, alles im arsch ist ja crazy hier hoch ja also das schlimme ist hier hinten hast du auch noch eine Uffahrt aber die Abfahrt ist weg na die gibt es nicht mehr also wenn du oben stehst und wieder runter willst wenn Punch zum war es das jetzt dann wars das warte mal warte 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 nö, bin ich nICHT hier sind Bäume aber ich kann euch alles kaputt machen eh Fahrrad Warte Warte Warte